Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Odyssey. Da oben ist der Eber. Der ist aber Stufe 13 und wir machen so gut wie gar keinen Schaden. Ich habe einige Kämpfe gegen ihn probiert. Hat nicht so funktioniert. Das war übel, sag ich mal. Wir verteidigen. Ich bin spart da, weil ich ja eh noch Athena töten muss und alles. Deswegen helfen wir ihnen hier. Außerdem haben wir noch nie eine Verteidigung gemacht. Und der Eber kann noch warten, bis wir Level ab sind. Wir brauchen junges Blut beim Kampf gegen diese stinkenden Athena. Und zwar junges Blut, das weiß, wie Roman ein Schwert zu halten hat. Ich habe es hierher geschafft, oder nicht? So ist es recht. Was sagst du? Wirst du heute dein Schild für Sparta hochhalten? Dir gehört mein Schwert, Spartiath. Gut. Wir brauchen jedes Eisen, das wir kriegen können. Ein schlechter Tag für Achim. Ein glorreicher für Sparta. Gazieren! G sandwiches! Guck! Guck! Glanisch! Guck! Guck! Das war's für heute. Geht auf ihm! Geht auf! Ups! Geht auf! Geht auf! Geht auf! Ah! Hä? Wo ist er hin? Das mach ich auch noch fertig! Mach ich auch noch fertig! Geht auf! Geht auf, keine Schmerde! Geht auf,都是! Geht auf! Geht auf, Knapp! Geht auf, Knapp! Hutsieg! Vater hat Athen erfolgreich besiegt, 18 Soldaten getötet von Faubmänner getötet. Jawohl. Quests. Ich weiß, dass ich diesen Eber besiegen muss, aber der ist irgendwie noch zu stark. F. So. Gucken wir mal auf die Karte. Ja, das ist echt schwer. Ah, okay. Achso, und finde den Jager und den Eber. Hä? Toll. Ich glaube aber, ich hole dafür. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Das ist mal ein Schwein. Sieh auf die Karte. Hier sind keine Karte. Sieh auf ihn. Sieh auf ihn. Oh, come on. Ah! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Ja, wir haben ihn besiegt. Puh, Alter, Stufe 13. Wow. Alter Schwede, war das ein Kampf. Eieiei. Wenn ich mich jetzt teleporten... Ich muss mir kurz aufschreiben, bevor es weg ist. Alter Schwede. Der Speer ging ganz gut ab, aber nur gegen Tiron. Und ich glaube auch nur, weil er es hat, aber wir haben diesmal echt Glück gehabt, glaube ich, damit ausweichen. Hast du dich verlaufen? Hier, ich habe das Schwein erlegt. Du bist fähig. Daran besteht kein Zweifel. Ich habe viele Talente. Das versichere ich dir. Oh, ist dem so? Nun, ich freue mich darauf, sie einer Prüfung zu unterziehen. Und was schwebt dir vor? Oh, so vieles. Doch zuerst zum Geschäft. Durch diese Welt streifen Bestien, die aber nicht von ihr stammen. Die Götter brachten sie zu uns als Prüfungen. Als Test. Weder Götter noch Sterbliche konnten mich bislang von meinem Weg abbringen. Hm, wir werden sehen. Und was genau soll ich für dich tun? Ich will, dass du dich in Artemis Augen als würdig erweist und diese Kreaturen jagst. Ich muss keinem meinen Wert beweisen. Sag mir nur, was die Belohnung ist. Für jedes Fell, das du mir bringst, werde ich dir eine Gnade der Artemis gewähren. Wenn du alle Bestien erlegt hast, wird sich deine Verbindung zu den Töchtern der Artemis für immer, sagen wir mal so, verändern. Oh. Gut. Ich werde es tun. Wie viele von diesen Tieren muss ich erlegen? Artemis stellt dich vor acht Prüfungen. Du hast deine Reise bereits begonnen. Nun erlege die restlichen Tiere. Werde ich die Kreaturen auch erkennen? Oh, das wirst du. Bring mir die Fälle. Ich werde mit meinen Schwestern, den Töchtern der Artemis, auf dich warten. Ich hoffe, du lässt mich nicht zu lange auf dein schönes Gesicht warten. Bogen der Artemis. Die Töchter der Artemis. Oh, da wurde aber schon echt leicht geflirtet nebenbei. Mehrere Quests angenommen. Ja, genau. Guckt euch mal die Level an. Die Hirschkuh könnte ich fertig machen. Aber die ist auch schon Stufe 16. Alter. Das gefällt der Lebenslauf. Ja, ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Wenn ich die spartanische Kriegsvorräte. Okay. Das sind halt immer so Nebenquests ohne genaue Ortschaften. Das ist echt nervig. Lange im Gras müssen wir immer noch machen. Inventar. Der Bogen wird rocken. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Das. Das. Okay. Elpenos noch in Fokus. und die frage wo er in focus ist weil das hier ist focus weiss befragen wir gehen aber erstmal dahin und gucken was da noch so alles gibt vielleicht entdecken wir ja ein paar lager und weiter jedes sind zwar die athena aber ich soll davon ja auch was zerstören spatiaten wir sind viele wachen da war doch was er kommt ja ich habe mich wohl verhört hier kommt ich kann noch nicht weiter Nein, nein, nein. 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 Nein, nein. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe ja wohl nicht. Auftakt abgeschlossen. 7400 dp. Jawoll. Schließen die eins nach dem anderen ab. Oh. Ja, ich möchte den Startstärke, den ich auch geholfen habe eben. Ich finde sie noch früge. Sicher, dass du mich noch verlässt? Den Polemarch muss ich noch töten. Jetzt wurde Alarm geschlagen. Nur, helf mir! Das war der W Baldschwald. Komm! Halt nur! Die heilte Glöschen! Verfolgt elles, wieder weg! Immerhin. Keiter river? Schlucken dir die zähne aus! Was ist das? Was ist das? Was ist das? oh es gibt wieder ein kopf geht auf mich ja 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 geht halt hier reißen ich zeige es vielleicht hinaus aber ja auch ja 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 es ja 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 meine frage jetzt holen wir uns noch die zwei schätze dann was das von der fall die sind schon wieder bei einer halben stunde die legt echt überall was rum da haben wir das ding reingenommen das war es auch von dieser folge bis zum nächsten mal haut rein und